hallo freunde der virtuellen landwirtschaft und recht herzlich willkommen hier auf der obertal ja letzte folge haben wir ja die feuerwehr bekommen aber es kam noch kein einsatz vielleicht haben wir dieses mal mehr glück lassen wir uns mal überraschen ich habe da keinen einfluss drauf ich könnte zwar selber einen einsatz starten aber wir wollen schon richtig gerufen werden ja also schauen wir mal was passiert nach dem intro so wir sind wieder im spiel und machen da weiter wo wir aufgehört haben ich mach mich mal ganz schnell ganz klein und ab in die ecke mit dir so wir sind hier am zug ja ja aber ich habe keine anzeige für mein mal kurz woanders reinsetzen ja jetzt kann ich ja zurück zum zug sollte am 6 an egal so wir wollen ja wir wollen ja hier laden sammler überladen wie heißt denn das ding jetzt da da sind wir da wollen wir bei niederlassung ok sammler kartoffel die blade bahnhof überladen habe ich ja gar nicht hinter beim sammler oder da bin ich doch falsch verladestation hof süd und die bringen wir in die überladestation überladestation fest und das war sonnenblumen sonnenblumen machen wir einmal und abfahrt das scheint als er zu funktion oben ich will nur gucken ob er anfängt zu laden da brauchen wir eigentlich zugucken das kann der ja alleine machen da ich glaube er geht auf ja funktioniert so was haben wir noch zu tun glaubt da oben sind wir fertig oder das feld ist doch fix und fertig jawoll das ist fix und fertig ja wir haben eigentlich nur noch das und dann können wir überwintern achso jetzt weiß ich wieder was ich machen wollte gras in die gute fabrik fahren das mach ich mit dem ne wir haben eine spedition die soll auch was arbeiten so spedition das war der hier so mein freund wir fahren zum hof hof ins ins futtersilo das war's mit der laden das fahren wir zur zum futterweg und zwar anlieferung produktion und das war glaube ich gras oder oh ich weiß es nicht mehr baller so so futterweg hühnerfutter hühnerfutter gras ist doch gras oder ne heu ooooh doch was ist da gras drin für schweinefutter nee keine ahnung warum da gras drin vielleicht kommt noch was anderes ich kann auch kuhfutter machen also die brauchen heu und kein gras ok Anlieferungspunktion, also hoi. Hoi. Oh, es gibt einen Notfall. Ein Notfall, Landwirt Feldbrand gemeldet. Ja, Notfall geht vor. Notfall geht vor, wo ist meine Feuerwehr? Da. Wie starte ich den Motor? Der geht nicht an. Ich krieg den Motor nicht an. Ich will mich verarschen. Ich krieg den Motor nicht an. Ah, ich weiß warum. Jetzt. Bäh. 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 Äh, wo muss ich überhaupt hin? Hehehehehe. Ähm. Es ist markiert. Oh, da. Bei Feld 36. Das heißt, ich bin da. Äh, wie komm ich denn da am schnellsten hin? Verdammt, bis ich da bin, ist das Feld abgebrannt. Darunter. Okay, okay, alles klar. Ich weiß Bescheid. Ich weiß, was propose ich bin. Oh, da. Ich weiß, wie ich bin. Oh, loud! Yeah! Aber zu loud! Oh, loud! Äh Was? Äh, wie häng ich die ab? Wie häng ich die ab? Äh, äh, achso Ich muss erst mal da hingehen Und dann Boah, das ist kompliziert Ach, das rutscht man doch gleich Ach, das rutscht man doch gleich Ah Ah, das ist die Lampe. So, nochmal da hin. Müll ich noch irgendwas anderes machen hier? Äh... Gerät wechseln? Ja, das ist klar. Löschen das Feuer. Geht da, wo er geht. Geht da, wo er geht. Muss ich mit dem Feuerwehrwagen näher ran fahren? Geht da, wo er geht. Geht da, wo er geht. Geht da, wo er geht. Da macht hier gar nichts. Geht da, wo er geht. Geht da, wo er geht. Geht da, wo er geht. Müssen wir halt mal eine Weile. Geht schon irgendwann ausgehen? Ich glaube, das wird kleiner hier, seht ihr? Das wird kleiner. Ja. Dann gehen wir mal da drauf. Bleiben einfach mal drauf. Wird wohl auch irgendwann kleiner werden. Da ist noch so ein... Jetzt halte ich einfach mal drauf. Jetzt fängt es da wieder an. Donnerwetter. Los, Bett, kleiner. Ach, jetzt egal. Ich halte es da drauf. Das ist aber hartnäckig, das Feuer. Ist da etwas kleiner? Seht ihr was? Ich sehe nur Rauch. Hier geht's. Seht ihr? Jetzt wird kleiner und hört auf. Und dann fängt es hier wieder an. Bleib jetzt bei dem Großen hier. Ach ja, wie lösche ich ein Feuer auf dem Feld, das nicht ausgehen will? Und da muss ich jetzt mal drin. Ich halte es. Ich halte das ganze Vielleicht wenn ich mir hier ein bisschen innen hergehe. Ach, ich bin's wieder angegangen. Ich glaube, da war ich richtig. Da war ich richtig. Ich glaube, das ist ein kaputtes Spiel. Kann ja nicht sein, ich bin zu lange gebraucht, ich bin jetzt noch ein bisschen Feuer. Ich wollte mich doch verarschen. Nee, 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 nee. Äh, jetzt haben wir die ganze Folge nur an dem verkackten kleinen Feuerchen. Das ist ein Ausgebild. Wie viel Wasser brauche ich denn da? Da tut sich gar nichts. Wir machen mal eine kleine Pause. Ich werde es mal abchecken. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich habe das Spiel, äh, beendet und neu gestartet. Also, ich habe das Feuer nicht ausgekriegt. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob ich irgendwas falsch mache. Keine Ahnung. Wir werden hier wieder aufräumen jetzt. Erst klappen wir mal die Leitern wieder ein hier. So, dann gucken wir mal das mal das Zeug da wieder. Ne? Oh oh, da packt aber einiges. Ah. Äh, wie krass ich da wieder los jetzt? Äh, äh, äh. So, hänge mal das Zeug wieder ran. Natürlich stehe ich da verkehrt rum. Ist ja klar. Oder? Ja. Ja. So, ich habe festgestellt, sobald ich automatisch wohin fahre, macht erst Blaulicht an. Also, ich schicke ihn jetzt nach Hause. Äh, da muss ich wieder umschalten. Dahin. Ne. Dahin. Und dann macht das Blaulicht an. Wenn ich manuell fahre, bleibt das Blaulicht aus. Also, ich denke mal, Feldbrand kann ein Bug sein. Also, ich habe es nicht ausgekriegt. Absolut nicht. Kann sein, dass ich zu blöd war, dass ich irgendwie noch irgendwas falsch mache. Mal schauen beim nächsten Mal, wenn wir wieder einen Auftrag kriegen. Jetzt fahren wir mal gemütlich heim. Und dann war es jetzt wie heute. Unser erster Feuerwehreinsatz ist in die Hose gegangen. Äh, aber wir haben ja noch mehrere. Hehe. Mal gucken, was als nächstes kommt. Die Generalprobe ist in die Hose gegangen. Das Feld von dem armen Bauer ist abgefackelt. Aber es kommt halt davon. Wenn man mir kein Geld gibt. Ich habe doch keinem fettig Geld gekriegt für dieses Feuerwehrding. Es hat gehiesen in der Versammlung, das Geld bekomme ich überwiesen. Hab doch nichts bekommen. Nichts! Von meinem Geld habe ich alles bezahlt. Dann brauchen die sich jetzt auch gar nicht beschweren. So. So, der peikt sich alleine ein. Die haben hier oben noch unseren Zug stehen. Den will ich noch freilassen, bevor... Bevor es weiter geht. So, der Auftrag ist beendet. Aus ist ja, oder? Hoff ich mal. Dann steige ich mal aus und schicke den wieder nach Hause. So, du kannst weiter fahren. Macht da was? Ja. Okay, Freunde. Ich mache mich mal eben groß. Und... Doch, ich habe was gemacht. Ach so. Alte Taste. So, jetzt. Das soll es sich heute gewesen sein. Auch wenn es nicht so hundertprozentig geklappt hat, hoffe ich doch mal, dass ihr trotzdem Spaß hattet beim Zuschauen. Wenn jemand von euch eine Idee hat, wie das mit dem Fellbrand funktioniert, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe mal, dass ich euch morgen wieder begrüßen kann. Und ich hoffe mal, dass ich euch morgen wieder begrüßen kann. Und ich hoffe mal, dass ich noch nicht so hättet. Und ich hoffe mal, dass ihr schon heute nicht so hättet. Und ich hoffe mal, dass ihr euch heute Morgen gut bleibt. Untertitelung des ZDF, 2020